Jo Leute, was geht ab? Angekehrt am Start. Der PTR ist ab Anfang nächster Woche laut Pass Raider verfügbar. Vorab haben wir die neuen Runenwörter, die mit 2.6 eingeführt werden, von ausgewählten Content Creator schon einmal gezeigt bekommen. Aktuell sind es 7 Runenwörter, es fehlt noch ein einziges. Das wird wahrscheinlich auch im Laufe des Tages kommen. Wenn das richtig geil ist, werde ich dazu auch nochmal ein extra Video machen. Und wir besprechen in dem Video, ob diese Runenwörter die Meta verändern, ob die überhaupt generell nützlich sind und wieso ich selber sehr enttäuscht von den Runenwörtern bin. Bevor wir rein starten, haut auf den Like-Bahn drauf, wenn ihr euch megamäßig auf die neue Letter freut und euch das Video gefällt. Und lasst ein Abo da, dann verpasst ihr in Zukunft keine Infos mehr rund um PoE, Diablo 2 und Diablo 4. Und bevor ich die jeweiligen Runenwörter an sich bespreche, seht ihr hier schon mal eine Auflistung, welche Runenwörter alle eingeführt werden. Wie gesagt, es kommt noch ein Runenwort dazu. Das wird wahrscheinlich im Laufe des Tages enthüllt werden. Ihr seht hier Ground, Hearth, Temper, Bulwarkure. Das sind eher Runenwörter fürs Early- und Mid-Game, damit man da noch mehr Optionen hat. Dann haben wir Metamorphosis. Das ist ein Endgame-Runenwörter für Druide und Melee-Charaktere. Und wir haben Mosaik. Das ist auch ein Runenwort für die Assassine. Und die jeweils zwei Endgame-Runenwörter haben auch eine neue Mechanik. Was ich davon halte, komme ich später dazu. So, gehen wir auf die ersten fünf Runenwörter ein. Die sind relativ gleich aufgebaut, deswegen fasse ich die einmal zusammen. Ihr seht schon, die haben jeweils fast die gleichen Runen, bis auf die letzte ist anders. Das hat den Sinn, weil jeweils das Runenwort gibt eine elementare Resistenz und auch Absorb, also Lightning, Fire, Coal und Poison. Das ist vielleicht für Standardjumps ganz nice, um die Resistenzen früh auszugleichen, wenn man noch nicht genügend Resistenzen hat. Aber tatsächlich, glaube ich, ist hier für jeden Caster-Lore einfach besser, weil es gibt ein Skill und es gibt noch Lightning-Res. Und die Resistenzen kann man sich dann auch zum Beispiel über Ancient Splash und so weiter holen. Also ja, weiß ich nicht. Finde ich, einen großen Newscast haben sie nicht. Meiner Meinung nach sind es ja einfach nur neue Runenwörter, die zwar mehr Quantität bringen, aber keinerlei Qualität. Die haben für mich keinen Mehrwert und die hätte man auch einfach rauslassen können. Dann zu dem, meiner Meinung nach, einzigen Sinnvollen Runenwort von den fünf Stück ist Bulwark. Fangen wir es uns doch mal ein bisschen näher an. Hat Shale Usol. Was ist da das Gute daran? Naja, es hat einfach Live-Leach und Physical-Damage reduced. Ja, okay, das finden wir vielleicht auf einem Rockstopper, aber tatsächlich, wie hoch ist die Chance, dass wir dieses Item im Durchspielen finden? Und das können wir dann tatsächlich schon am Anfang Albtraum bzw. Nightmare herstellen. Deswegen ist es gerade, wenn wir als Militar spielen oder wir ein Runenwort für unseren Merk brauchen, wenn er zum Beispiel einen Insight anhat, ganz nice. Da gehe ich tatsächlich d'accord. Okay, das ist eine gute Addition. Das Runenwort hat wenigstens Use Cases, so ein bisschen Mini-Vampire-Scales. Das kann man tatsächlich schon bis hell tragen. Okay, das hat für mich aber als einziges Runenwort dieser Sorte gereicht. Ja, denn die anderen sind einfach sinnlos. Deswegen Bulwark top. Die anderen vier ganz großer Flop. Jetzt zum nächsten Runenwort. Mosaik. Der sieht auf dem Papier zwar gar nicht mal so schlecht aus mit dieser neuen Mechanik. 95% Chance, dass die Finishing-Moves nicht aufgebraucht werden. Was heißt das genau? Naja, ihr könnt mit der Assassine, mit der Kampf-Assassine zum Beispiel mit Phoenix Strike drei Aufladungen generieren. Dann könnt ihr euren Finisher benutzen. Da werden eure Ladungen, die ihr aufgebaut habt, dann entladen. Euer Finishing-Move trifft auf jeden Fall. Und bei dieser Fertigkeit hält ihr dann die Chance, dass ihr es quasi nochmal betätigen könntet, weil ihr das nicht verbraucht habt. Wieso das aber ein riesengroßes Problem ist, erzähle ich euch gleich. Davor aber finde ich es tatsächlich nicht gut, wenn wir da jetzt in Richtung Diablo 3 gehen. Ich finde es, ja teilweise so in Mechanik, wie wir dann beim nächsten Runenwort sehen, ganz nice, wenn es wirklich gut umgesetzt ist. Aber hier ist es tatsächlich echt so ein Diablo 3 Ansatz, den ich jetzt nicht brauche. Es gibt genügend Diablo 2 Mechaniken und Möglichkeiten, wie man das Runenwort hätte anders gestalten können. Jetzt aber dazu, wieso das eigentlich ziemlich kacke ist. Naja, ich habe mich mal im Reddit umgeheult bei Assassinen-Spielern und die haben tatsächlich gesagt, als Assassine ist es oft so, dass man ja nicht zum Beispiel alle Stacks aufbaut. Also zum Beispiel bei Phoenix Strike oder bei diesen Lightning Claws will man zum Beispiel nur zwei Charges haben und gar nicht drei haben. Das heißt, man hat immer seine Rota, angehören wir jetzt mit Phoenix Strike, man drückt zweimal Q und dann W für das Entladen. Wenn man jetzt das aber nicht consume, dann drückt man trotzdem zweimal Q, dann W, dann hat man es entladen. Aber wenn die Charges trotzdem weiterhin drauf sind, drückt man trotzdem weiter Q, verschwendet dann ein Charge und dann haut man auf einmal einen anderen Spell raus, den man gar nicht möchte. Und so hat man gar nicht mehr die Kontrolle darüber und so ist es tatsächlich mehr random. Und Spam-mäßig und das haben tatsächlich die ganzen Assassinen-Spiele gesagt, das geht gar nicht. Also es ist ein absolutes No-Go, dass es richtig schlimm ist, denn da müsste sonst der Assassinen-Style komplett umgebaut werden. Vielleicht kommt noch was mit dem Patch. Was ich aber nicht glaubt. Und deswegen finde ich, das ruhen wir tatsächlich richtig schwachsinnig, denn sie müssen diesen Buff umbauen. Wenn dann, ein bisschen wie bei dem anderen, zum Beispiel jetzt, okay, für die nächsten 10 Sekunden, man kriegt einen Buff, für die nächsten 10 Sekunden verbraucht ihr keine Finisher-Points mehr. Jetzt, ne, dann könnt ihr wissen, okay, ich hab jetzt den Buff, jetzt kann ich 10 Sekunden einen Finisher runterhauen. Ja, aber so ist es tatsächlich random und so kann man gar nicht mehr die Kontrolle, die man eigentlich hat, behalten. Und, ja, das weitere Problem noch, es hat kein Crushing Blow, es hat kein Live-Leach, ne, okay, es hat noch zwei Martial Arts und ein bisschen Idee, aber da ist jede Rare-Klaue viel besser. Oder Blake zum Beispiel, ne, also, pff, schwierig, wirklich schwierig, diese zwei Bonus-Attack-Creating, die sind wohl von der Superior-Base. Aber, ja, meiner Meinung nach, sehr großer Quatsch, wegen dieser Mechanik, natürlich, ne, wenn ihr glaubt, dass es anders ist, oder wenn ihr da noch mehr Ahnung, als ich habt, als Assassinspieler sagt, ey, ne, Mann, angreifen, hör auf, so einen Scheiß zu erzählen, das ist ganz anders, könnt ihr sehr gerne Kommentare schreiben, ne, kann auch sein, dass es mit ihr, aber da haben sehr viele Leute im Reddit geschrieben und das hat natürlich auch relativ sinnvoll geklungen, denn ich hab, ne, natürlich mit der Assassine auch mal ein bisschen rumprobiert. Jetzt zum letzten und meiner Meinung nach stimmigsten und sinnvollsten Rune-Bot in Metamorphorces, gucken wir uns doch einfach mal kurz die Stats an. Wenn ihr im Werewolf-Form seid und Gegner attackiert, bekommt ihr für 180 Sekunden einen Buff, da bekommt ihr 20% Bonus-Attack-Rating und 40% Max-Life dazu, was echt geil ist. Und im Werbeer bekommt ihr 25 Attack-Speed, 25 Crushing Blow und Physical Damage Received bei 20%, ne, also Reduce bei 20%, also nochmal 20% Physical Reduct. Außerdem habt ihr noch 5 zu Shapeshifting-Skills, was sehr geil ist, wenn ihr da jetzt nämlich zum Beispiel 3 zu Fury drauf nehmt, ne, also den Skill vom Troider, habt ihr einen 8-Fury-Helm, was echt wild ist. Außerdem habt ihr noch Canopy Frozen, da könnt ihr zum Beispiel einen Raven ersetzen und Stärke, Vitalität und 10 Allrest, ne. An sich ist das Rune-Bot sehr geil. Was ich noch kurz dazu addieren möchte, soweit ich weiß, funktioniert das, weil es haben mehrere Leute im Reddit geschrieben und wohl auch auf dem YouTube-Video vom Dabronski, dass man diese beiden Buffs kombinieren kann, ne, angenommen ihr spielt Werewolf, dann geht ihr kurz in den Werbeer rein, haut einmal drauf, habt diesen Buff für 180 Sekunden, geht wieder in den Werewolf, holt euch da auch den Buff ab, ne, das heißt es ist sehr nice, zu welchen Kombinationen es führen kann, komme ich gleich dazu. Aber, was jetzt das Problem ist, naja, wir haben immer noch dieses Grundproblem vom Druide, dass ihm einfach, ja, bisschen der Damage und vor allem die AE fehlt, ne, wie bei jedem Melee-Char, ne, es kann natürlich sein, dass mit dem Patch noch was grundlegend geändert wird für Melee's, aber das Problem besteht einfach, wir haben keinen Splash-Damage und ich habe mir tatsächlich ein bisschen, zumindest beim Werewolf, ein bisschen Idee gewünscht, ne, also zum Beispiel 200% erhöhter Schaden oder 100%, das wäre ganz geil gewesen, ne, der Style von diesem Runemort ist ganz geil, bin ich ehrlich, das ist eine coole, ne, coole Implementierung, nicht wie beim Mosaik, da gehe ich echt mit, vor allem, weil man sich so, ja, ein bisschen den Buff mit Beinen abholen kann, aber es ändert halt nichts daran, dass der Fury-Troide einfach noch, ja, größeren Buff braucht mit Beinen, dem Splash-Damage oder sowas, deswegen, ja, wenn es so bleibt, ganz cooles Runemort, aber wird jetzt nichts ändern, dass ich das unbedingt machen will, ne, aber wieso finde ich das Runemort so geil? Naja, es ist für andere Melee's ganz geil, ne, weil, wenn wir Beast haben, das gibt dir Werber als Off-Skill, das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel als Parler in Werber verwandeln, dann haut ihr einmal drauf, könnt euch hochbuffen am Anfang und habt dann 25 Attack-Speed, 25 Crush & Blow und 20 Physical Reduction, was echt sehr geil ist, ne, das heißt, ihr könnt euch für einen anderen Shark quasi einen Buff holen, ne, angenommen, ihr zieht Beast an, geht in den Werber, zieht das Item an, haut drauf, habt den Buff für 108 Sekunden und könnt dann wieder zu eurem normalen gewechseln, ja, es ist vielleicht ein bisschen nervig, aber drei Minuten ist dann tatsächlich schon relativ viel, da reicht dann meistens für einen Bar-Run, außerdem, der Barb hat hier nochmal zusätzlich einen Bonus, denn es gibt ja das Runemort für ein, ne, Unic-Item, sorry, Unic-Item für ein Barbar, wo ihr euch den Werwolf ändern könnt, das heißt, ihr könnt euch mit dem Barbar beide Boni abholen und das ist dann tatsächlich als Wirbelwind-Barbar schon ganz geil, ne, dann habt ihr das Wirbelwind-Barbar, 25 Attack-Speed, Crushing Blow, Physical Damage-Reduce, 20 Bonus-Attack-Rating und 40% Max-Life, ne, das ist gerade als Barbar echt krass, als weiß ich, ihr habt dann, glaube ich, 6k Live oder so, ich hab's tatsächlich schon getestet, Tabs, wenn ihr dieses Unic-Item auszieht, bleibt ihr trotzdem in der Werwolf-Form, ne, das heißt, ihr könnt erst den Beast nehmen, Werber reingehen, euch buffen, dann setzt ihr den Unic-Helm auf, Wohlfoul heißt er, geht in den Werwolf rein, wechselt den Helm, bufft euch und dann könnt ihr als Wirbelwind weitergehen, ist tatsächlich sehr geil und das finde ich echt eine coole Änderung, das hilft ein bisschen Meleys so, ja, aber einfach, Meleys brauchen noch ein bisschen mehr, ne, Next-Hit-Delay entfernen, dass man 100% treffen kann, ne, aber ist tatsächlich sehr gut, es hilft aber tatsächlich, glaube ich, mehr anderen Meleys als dem Druide selber, nichtsdestotrotz haben wir hier, ja, ein neues Endgame-Ruhenwort für den Shapeshifting-Druide und vielleicht kommt ja noch irgendwas in den Patch-Notes. Zum Abschluss noch beantworte ich euch die drei Fragen, die wir uns am Anfang gestellt haben, A, verändert das die Meta, B, sind diese Ruhenwolle überhaupt sinnvoll und C, wieso ich selber enttäuscht bin, fangen wir an, ne, verändern die die Meta, nein, definitiv nicht, die Meta wird immer noch so bleiben, wieso, weil die Meta einfach von Kasern dominiert wird, okay, vielleicht als Meleys hat man vielleicht ja einen Berserk-Barb, der braucht jetzt aber die Ruhewörter nicht unbedingt, ne, also die Meta wird trotzdem weiter von Kasern dominiert werden, tatsächlich ist, glaube ich, die Java-Zone davon noch am meisten betroffen, ne, mit der kann man sich rebuffen und bekommt dazu noch mehr Attack-Speed. Ich glaube, im Reddit hat auch einer geschrieben, durch diesen Mark of the Bear kann man jetzt mit Thunderstroke und diesem Buff die 55 Attack-Speed einfach so brechen, ne, das heißt, ja, okay, die Java-Zone wird noch mal mehr hochgebufft, aber den eigentlichen Sinn, dass die Meleys dadurch gebufft wird, das bestimmt nicht, also nein, das ist NAD-Meta nicht, dann sind die Ruhewörter überhaupt für sinnvoll gehalten, naja, ich habe schon gesagt, für mich nur die zwei Ruhewörter Bulwag und Metamorphosis, Mosaic, komplett Quatsch, habe ich ja erzählt, wieso, die anderen Ground, H, Tempon, Cure, ne, sind so, ja, Billiglösungen, wo es aber einfach schon viel bessere Ruhewörter gibt, deswegen eher so nach unten, ne, wir müssen natürlich noch das letzte Ruhewörter abwarten, und es kann natürlich sein, dass es übertrieben krass wird, dann sieht meiner Meinung dazu schon anders aus, aber tatsächlich, meiner Meinung nach aktuell, ja, eher schlecht als recht, Metamorphosis, ja, kann man gut benutzen, wenn es jetzt noch eine Änderung gibt und Bulwag, aber jetzt auch nicht wirklich, ja, einen Ruhewörter, den ich unbedingt bauen muss, jetzt zu meiner abschließenden Frage, wieso ich selber enttäuscht für einen Ruhewörter bin, ne, naja, ich sag's mal so, es hätte auch anders gelesen können, also ich hab das Gefühl, die Ruhewörter, also zumindest die ersten fünf Vorgestellungen, das waren so ad hoc Ruhewörter, so auf dem letzten Meta, die noch kurz gemacht, weil keine Ahnung, ich glaub, es dauert jetzt nicht so lange, die fünf Ruhewörter zu erstellen, okay, Metamorphosis und Mosaik, ne, brauchen schon mehr, weil das ist komplett eine neue Mechanik, die muss erst mal ins Spiel implementiert werden, aber da denke ich mir tatsächlich, okay, wieso macht man sich einen Aufwand mit Mosaik, macht sowas Neues rein, wieso kann man nicht ein bestehendes Thema schon erweitern, ne, Debrunski hat das perfekt mal erklärt, er hat mal einen Test gemacht mit einem Shield, das, glaub ich, Amp Damage casted on Strike und Corpse Explosion auf Kill gibt, ich glaub 50%, das hab ich auch schon im Stream und so weiter vorgeschlagen, das wär für mich so ein Ansatz, wie man dieses Melee-Problem losen könnte, denn so hätte man die Chance jedes Mal, wenn man ein Monster killt, dass man Corpse Explosion hervorruft und somit AE hat, ne, das wär eine ganz smarte mit Diablo 2-Mitteln gelöst, das hab ich mir tatsächlich auch gerne vorgestellt, weil gerade im Bereich Amp Damage, ne, also Amplify Damage, gibt es jetzt zwar eine Option mit dem Amulett, aber die ist sehr gering, deswegen hab ich mir tatsächlich eher sowas vorgestellt, ja, man hat so viel Potenzial, ganz ehrlich, ich hab mich so sehr drauf gefreut, das war so Achterbahnergefühle, am Anfang hieß es nur, ein Letter-Reset, da hab ich gedacht, okay, es kommt nichts raus, dann hieß es PDR mit neun Ruhmwörtern, jeder war ultragehypt, dann die ersten fünf Wörter kam raus, da hast du gedacht, oh Gott, Katastrophe, ne, dann kam Metamorphosis, hast du gesagt, okay, geht schon in die richtige Richtung und dann kam halt wieder Mosaik, wo du gedacht hast, ach, Blizzard, warum, schwierig, ne, also, wenn man sich überlegt, was damals alle Ruhmwörter hinzugefolgt waren, sind Infinity Spirit, was weiß ich, das war eine echt richtig krank, ich hab mir wirklich mal gewünscht, dass, gut, mein erster Wunsch war sowieso, dass sie Unix buffen, denn tatsächlich, eine Gefahr besteht noch, dass sie durch diese Ruhmwörter, die Unix noch obsoleter werden, aber zumindest, wenn man die Ruhmwörter einführt, ey, Leute, macht doch wechs was, was sinnvoll ist und wirklich Midis helfen und nicht einfach irgendwelche neuen Mechaniken reingeworfen, teilweise über drei Mechaniken, und dann sagen, jo, wir haben neue Ruhmwörter eingeführt, aber die sind halt einfach scheiße, man muss einfach sagen, die sind einfach scheiße, ne, sorry, dass es mich ein bisschen aufregt, aber ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, könnt ihr natürlich selber mal in die Kommentare schreiben, wie ihr seht, ob ihr die gut findet oder wie ihr nicht gut findet, aber tatsächlich habe ich auch bei mir auf der YouTube Community eine Abfrage damals gemacht und die haben auch gesagt, naja, bis jetzt nicht so geil, die Ruhmwörter, ne, ja, also ich möchte jetzt nicht mehr lange rumreden, ich bin tatsächlich sehr enttäuscht, weil, man, man hat so viel Potenzial, man hätte so viel addieren können, ne, gerade mit M-Damage, Cops, Claw, und so weiter, Chance vertragen Blizzard, wie gesagt, wir haben noch ein Ruhmwörter, gucken wir mal, meiner Hoffnung ist es, ein Teleport-Alternative, dass wir nicht mehr Enigma tragen müssen, aber nach diesen Ruhmwörtern glaube ich nicht daran, ich glaube tatsächlich, Blizzard ist zu ängstlich, dass sie mit neuen Ruhmwörtern die Meta zu sehr ändern und die ganzen, ja, Purists aus ihren Ecken kommen und Blizzard, ja, da fertig machen, naja, möchte jetzt auch nicht mehr lange rumreden, ne, könnt ihr selber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Ruhmwörtern haltet, wie ihr sie findet, oder ob ihr vielleicht positiver Meinung seid und vielleicht findet, dass ich dazu negativer Meinung bin, ne, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen, haut auf den Like, wenn dem so ist und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, ciao!